Hallo Dominion-Freunde, willkommen zu einer neuen Königreich-Analyse von dem Königreich aus der Intrige-Erweiterung. Komplett nur Intrige, das erste vorgeschlagene Königreich aus dem Regelheft, der Siegestanz. Wir werden uns zusammen hier angucken, welche Interaktionen dieses Königreich bietet, was vielleicht für Strategien möglich sind. Und uns fällt erstmal schon auf, es gibt vier grüne Karten. Falls ihr noch eine nicht komplett neue Version der Intrige habt, ist das hier der Harem. Hier inzwischen umbenannt in Farm, schöneres Bild und nicht mehr ganz so out of theme. Also thematisch passt das vielleicht nicht so in die mittelalterliche Dominion-Welt. Naja, wer weiß. Und vor allem von der Grafik her damals. Und wir schauen uns mal nochmal das ganze Königreich an und was wir da so haben. Wir haben eine Karte, nur zwei Karten zum Entsorgen. Das ist die Maskerade, ein sehr starker Entsorger, der uns auch noch zwei Karten ziehen lässt. Und dann müssen wir auch noch Karten hin und her tauschen. Im Normalfall tauscht man dann halt Anwesen und Kupfer miteinander aus. Manchmal hat einer von beiden Spielern Pech und muss was Besseres weggeben. Und dann haben wir noch den Austausch, der im Prinzip eine Umbau-Variante ist, plus ein Angriffsoption. Manchmal kann man damit Flüche verteilen. Aber muss darauf achten, Flüche kriegt man hier auch mit der Maskerade eventuell zurück. Plus Käufe haben wir mit Baron oder mit Höflingen. Da können wir nämlich diese Doppeltypen aufdecken. Also wir können jede Karte aufdecken, aber wenn die Karte verschiedene Typen hat, wie zum Beispiel Aktionenpunkte oder Aktionenangriff, dann können wir uns von diesen Effekten, plus eine Aktion, plus einen Kauf, plus drei Münzen oder nehmen wir ein Gold, so viele aussuchen, wie es Typen hat. Wir haben außerdem als einziges Dorf in diesem Königreich den Adligen. Und der Adlige ist ein relativ schwaches Dorf. Wir zahlen sechs und kriegen nur zwei Aktionen und sonst nichts. Wir können noch auswählen, plus drei Karten zu nehmen, aber wenn wir hier mehrere Aktionen in einem Zug spielen wollen, die uns sonst keine Plus-Aktionen geben, außer die Mühle, dann müssen wir irgendwie den Adligen integrieren. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Und meine potenzielle Antwort ist, ja, es lohnt sich, auf eine Adligenkette oder eine Kette mit Adligen zu gehen, weil so viele Punkte im Spiel sind. Ein Spieler, der nur auf Provinzen geht, wird alle Provinzen leer machen müssen, um zu gewinnen, denn wir haben genügend Punkte im Königreich, um das aufzuholen mit Herzogtum und Herzog. Den habe ich noch gar nicht gesagt, aber der macht hier die pure Provinzstrategie, zumindest wenn wir zu zweit spielen, sehr, ja, der contestet die sehr stark. Wir haben ja außerdem noch durch die Mühle und die Adligen so ein paar Punkte, die man so im Vorbeigehen mitnimmt. Und wir haben einen starken Kartenzieher mit der Patrouille in der Kombination mit den ganzen Siegpunktkarten. Die Patrouille ist normalerweise plus drei Karten und dann deckt man die obersten vier auf und nimmt halt so ein paar sinnlose Anwesen oder sowas mit auf die Hand. Aber hier kriegen wir die ganzen guten Punkte, Aktionskarten mit auf die Hand. Und dann kann die Patrouille schnell mal plus vier, plus fünf oder sogar plus sechs Karten wert sein. Und dann lohnt sich es schon wieder, hier mit dem Adligen zusammen das zu kombinieren. Die Patrouille nimmt uns dann eventuell neue Adlige auf die Hand und wir haben hier dann plus zwei Aktionen gespielt, dann kriegen wir plus fünf Karten, haben wir eine riesen Kartenhandgewinn gemacht. Mit der Eisenhütte können wir uns die ganzen Mühlen so im Vorbeigehen schnappen und ja, der Bot wird hier auf Big Money spielen und vermutlich keine große Chance haben, obwohl er vielleicht mit der Maskerade auch recht schnell Provinzen macht, aber irgendwann wird die Engine dann stehen. Und dann haben wir auch noch den Austausch und die Höflinge, um da schnell Provinzen zu machen, wenn wir uns mit den Höflingen nämlich Gold nehmen und dann mit dem Austausch das in eine Provinz umwandeln, haben wir einen Sieben-Punkte-Vorteil, denn der Gegner kriegt ja noch einen Fluch. Das ist dann sehr, sehr stark. Und wir können mit dem Austausch natürlich auch ganz gut Herzogtümer nehmen, können dann später unsere Eisenhütte in Fünfer- oder Sechserkarten verwandeln. Also all das ist schon sehr stark. Wir haben also sehr starke Aktionskarten, und dadurch lohnt es sich trotzdem vermutlich auf einen Adeligen zu gehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in der Praxis aussehen kann. Ja, denkt dran, wir spielen nur gegen den Bot, das heißt, es wird vermutlich nicht so in einem echten Spiel laufen. Wir müssen uns da sehr stark an einem Gegner orientieren. Geht er vielleicht voll auf die Herzöge, Herzöge und man merkt, man kauft früh Herzogtümer, könnte man da vielleicht ein bisschen dazwischen grätschen und auch ein paar Herzogtümer mit dem Austausch oder sowas nehmen. Ähm, genau, da muss man sich dann überlegen. So, wir haben 5-2, das ist ja jetzt nicht ideal. Wenn wir 4-3 hätten, würde ich mit Eisenhütte plus Maskerade anfangen. Wir können die Maskerade zum Entsorgen nutzen und die Eisenhütte, um schon mal Mühlen zu sammeln. Der Austausch ist auch okay als Angriff. Wir wollen sowieso früher oder später einen, und, äh, als Startkarte meine ich. Und der kann uns, ne, die Karten, die wir nehmen, kommen direkt aufs Deck. Das heißt, wir können uns damit eventuell eine Maskerade und sowas dann, gleich aufs Deck legen. Gut wäre es, ihn in Zug 3 zu finden, tun wir nicht. Dann hoffentlich wenigstens in Zug 4. Ansonsten haben wir ein sehr, sehr schlechter Eröffnungsglück gehabt. Okay, zusammen mit einem Anwesen. Immerhin, das Anwesen entsorgen wir jetzt. Nehmen uns eine Maskerade, weil es sehr, sehr wichtig wird, hier früh zu entsorgen. Auch wenn wir mit der Mühle natürlich schön schon mal den Fluch verteilen könnten, aber ich will lieber angreifen. Äh, will lieber entsorgen. Ha, angreifen tun wir dann später. Wir behalten, äh, wir behalten die zwei Münzen, kaufen nix. Gegner hat sogar zwei Maskeraden sich geholt. Das heißt, es wird hier ein schwieriges, äh, Battle. Fünf. Fünf, fünf, fünf. Was machen wir da? Wir haben uns ja schon eine Eisenhütte gekauft in Zug 3. Könnten uns jetzt die Höflinge holen schon mal. Da haben wir einen Pluskauf. Wir kommen mit den Plus-3-Münzen eher mal auf die Adeligen. Einen zweiten Austausch finde ich jetzt ein bisschen früh. Okay. D, dieses Anwesen finden wir sogar gar nicht so schlecht. Der Gegner kauft ein Gold, okay. Ähm, ja, wir nehmen uns eine Mühle, auch wenn wir damit hier den Shuffle triggern, also das Mischen auslösen, aber es ist nicht so ein großes Mischen. Wir holen uns jetzt eine Mühle nochmal aufs Deck und holen uns einen Silber. Ja, wir wollen ja auf Adelige kommen, das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Geld im Deck. Äh, wir können nicht so viele terminierende Aktionen jetzt schon haben. Kupfer gegen Kupfer getauscht. So, jetzt werden wir erstmal die Höflinge spielen. Auf die Mühle. Nehmen uns hier aber jetzt die Aktion und das Geld, damit wir dann hier die Plus-3-Münzen haben. Die Mühle spielen wir, aber wir müssen nicht ablegen, Kupfer, zwei Kupfer abzulegen, macht nicht so viel Sinn in diesem Königreich. Ja, manchmal mit einer Bibliothek oder so würde es Sinn machen, aber hier machen wir das nicht. Gerade wenn wir zum Beispiel jetzt mischen würden, wollen wir die Kupfer auch auf keinen Fall wieder reinmischen. So, was machen wir immer bei der Maskerade? Wir geben dem Gegner eine Karte und dann müssen wir eine Karte aus der Hand entsorgen. Ne, wir dürfen eine Karte aus der Hand entsorgen, aber wir wollen das ja auch und jetzt haben wir unseren ersten Adeligen endlich. Gegner kauft sich auch schon die erste Provinzenzug 8. Aber wir haben auch schon 5 Punkte hier. Gut, in der Hoffnung hier wenigstens noch einen Kupfer zu ziehen und noch einen Adeling kaufen zu können, ziehe ich jetzt mal Karten. Gut, okay, wir haben auch nur Mühlen gezogen, die sind whatever, nicht so schlimm. Blöd wäre es hier, Austausch und sowas zu finden, aber, und die Eisenhütte ist, ach ja, haben wir ja gespielt. Holen wir uns noch einen Adeligen. Wir holen erstmal ein paar Adelige und so und wollen ein paar Mühlen, bevor wir dann die Patrouillen starten. Obwohl wir auch schon überlegen könnten, jetzt hier Höflinge, Austausch zeigen, nehmen uns Aktion und Geld wieder. Könnten überlegen, jetzt den Austausch auf die Maskerade zu spielen. Wir holen uns später eine neue Maskerade, zum Beispiel mit einer Eisenhütte, sehr, sehr günstig und legen uns hier eine Patrouille aufs Deck. Das klingt verlockend. Und holen uns noch eine Mühle oder noch eine Patrouille. Holen wir uns jetzt nochmal noch eine Patrouille. Die sind einfach in diesem Königreich dann sehr, sehr stark. Ich hoffe, es geht gut. Ja, ich habe die Strategie jetzt so nicht Probe gespielt und ich merke auch schon, die Gegner sammeln ordentlich Provinzen. Aber wir haben eine gute Starthand, plus zwei Aktionen. Und mal gucken, was wir aufdecken. Oh, na gut, wir haben nichts, aber wir können immerhin noch den Sortiereffekt hier nutzen. Und uns eigentlich alles hier dann auf die Hand holen. Wir legen nicht ab, wir legen nicht ab. Und die Eisenhütte holt uns nochmal eine Mühle. Jetzt können wir die Höflinge wieder auf den Austausch spielen, holen uns eine Aktion und drei Geld. Wir spielen den Austausch auf das Entsorgen wieder das Silber in eine Mühle für einen gegnerischen Fluch und holen uns noch einen Adeligen. Also obwohl der Gegner jetzt drei Provinzen hat, haben wir nur einen Rückstand von sieben Punkten und haben uns noch keine nutzlosen Provinzen ins Deck geholt. Ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut für uns. Und wir können jederzeit Punkte auch mit Herzogtümern und Herzogen aufholen. So, wir machen das wieder so. Nicht ablegen. Nicht ablegen. Das überlege ich. Ob wir... Wir gucken erstmal, was wir mit den Mühlen hier noch ziehen. Die Mühlen sind eigentlich hauptsächlich dafür da, ja, man könnte jetzt noch was ablegen für Geld, um auf 6 zu kommen am Anfang des Spiels, aber jetzt sind sie hauptsächlich dafür da, um von Patrouillen aufgedeckt zu werden. Wir holen uns jetzt noch eine Mühle. Zack. Zwei Aktionen. Patrouille. Mühle. Nicht ablegen. Wir haben jetzt hier zwei Aktionen, können wir wieder machen. Jetzt kann der Höfling sogar mal ein Gold sich holen. Und drei Geld oder wir geben Geld und Kauf. Auch eine Option. Mühle kann jetzt sogar mal was ablegen. Jetzt nehmen wir noch ein Anwesen. Das können wir später mit dem Austausch wieder entsorgen. Und wir können das dann zu... Und wir konnten dem Gegner einen Fluch geben. Wir müssen gucken, dass die Stapel nicht leer werden, aber der Gegner hat auch keine Kontrolle über den Stapelende. Das ist halt so, wenn man dann Big Money spielt, kann man nur eine Karte pro Zug meistens nicht nehmen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Keinen Adeligen hier vielleicht. Nein. Okay. Dann spielen wir einfach eine Maskerade und entsorgen, würde ich sagen. Könnten allerdings auch nochmal hier angreifen. Ja, wir greifen mal an. Nicht, dass wir unsere Adeligen totziehen. Wir machen das einfach zu einem Anwesen. Und beenden den Zug. War jetzt nicht ganz ideal, aber auch nicht so schlimm. Na, das ist schon wieder sehr, sehr ungünstig hier. Wir machen jetzt mal, nimm dir ein Gold und plus drei Geld. Ja, gefällt mir jetzt noch nicht so gut hier. Das könnten wir noch machen. Wir könnten uns einen Baron nehmen für Payload. Werden wir mal machen. Ist auch ein okayes Target. Also ein okayes Ziel für den Austausch. Ein zweiter Austausch wäre auch nicht schlecht gewesen, aber da hatten wir jetzt auch nicht das Geld für. Wir merken schon, der Gegner ist am Strugglen. Der kommt jetzt nicht mehr so auf Provinzen. Nach den Flüchen, die er gekriegt hat von uns. Und die Provinzen, die er natürlich selber schon hat. Wo ist denn die Patrouille? Da ist einer. Leider haben wir jetzt die ganzen Mühlen schon vorher gehabt. Mal gucken, was die jetzt aufdeckt. Okay, wir sehen eine Patrouille, die sechs Karten gezogen hat und nur einen Fluch zurückgelegt hat. Okay. Zwei Karten. Drei Karten. Zwei Aktionen, drei Karten. Dann die Mühlen. Spielen wir mal. Können hier. Ah, wir legen mal Anwesung und Kupfer ab. Mühle. Nicht ablegen. Der Adelige. Zwei Aktionen. Mühle. Okay, wir können eh nicht alle entsorgen. Ich hätte jetzt hier natürlich gerne die Maskerade und sowas gefunden. Jetzt haben wir hier unten Maskerade plus eine Patrouille. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das Anwesen wollen wir natürlich behalten. Wir legen die Decken den Austausch auf. Nehmen uns eine Aktion und drei Geld. Wir können jetzt den Austausch auf die Eisenhütte spielen und uns auf das Deck ein Adeligen legen. Weil wie gesagt, wir haben da eine Patrouille. Und Aktionskarten kommen immer aufs Deck. Geldkarten auch. Jetzt können wir sogar ein Anwesen ablegen. Und uns noch zwei Adelige holen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir machen Adelige plus Patrouille. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, die Patrouille zu finden. Wir haben immer noch 20 Punkte. Nur drei Punkte Rückstand gegen einen der vier Provinzen hat ein Gegner. Schauen wir uns jetzt erstmal, dass die Patrouille so aufdeckt. Einadlingen. Also war schon mal plus vier Karten sozusagen. Und können auch direkt hier weitermachen. Nicht ablegen. Zwei Aktionen. Ziehen. Wow. Das war plus sieben Karten Patrouille. So mag ich das. Zwei Aktionen. Ziehen. Nicht ablegen. Na gut, wir ziehen jetzt mal plus drei Karten hier. Zwei Aktionen. Plus Karten. Und jetzt haben wir alles gezogen, was wir brauchen. Okay. Zwei Aktionen. Der Austausch könnte uns jetzt noch einen Austausch besorgen. Können auch einfach jetzt hier langsam das Spiel beenden. Mal gucken, wie die Adelingen uns holen. Na, wir können das Spiel noch nicht beenden. Aber wir können so viele Punkte machen, dass es praktisch zu Ende ist. Ja, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Herzogtümer, Herzöge anzufangen. Aber wie gesagt, sollten wir weniger Punkte haben und der Gegner schon mehr. Und dann würde ich jetzt nicht anfangen, Provinzen für den Gegner mit leer zu machen. Sondern dann würde ich auf andere Sachen gehen. Aber da wir mit den Provinzen sogar in die Punkteführung gehen werden jetzt, ist das gar kein Problem. Leider müssen wir hier nochmal Aktionen Geld machen. Ah ne, wir holen uns nochmal ein Gold. Das ist ja ein super Ziel für den Austausch. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Ich glaube, wir lassen das mit dem Baron nicht ablegen und geben dem Gegner seinen Fluch zurück. Wir haben uns jetzt hier natürlich ein bisschen Schrott aufs Deck gelegt. Das war vielleicht dumm. Aber wir holen uns noch eine Provinz. Und sind dann punktemäßig gut dabei. Jetzt müssen wir dem Gegner was geben. Ach naja, nur guten Anwesen können wir verkraften. Kriegt dann Herzogtum. Okay. Erstmal nicht ablegen. Sehr gut, ein Adeling gefunden. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt keinen Adeligen finden, ist der Zug sowieso ein bisschen im Eimer. Dann bringen uns die zwei Münzen auch nichts. Aber mal gucken, was wir ziehen. Zack, vier, sechs Karten. Mühle. Nicht ablegen. Also wir müssen jetzt nur noch zwei Provinzen irgendwie schaffen. Plus drei Karten. Vielleicht sollten wir doch jetzt langsam ablegen. Aber das und das hier auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal zwei Münzen mehr. Können hier nochmal zwei Aktionen, drei Karten. Man kann auch jetzt Provinz in Provinz umwandeln, wenn wir wollen. Und ich glaube, damit haben wir es dann auch schon, wenn wir jetzt nochmal zwei Karten ablegen. Ne, damit haben wir es noch. Doch, damit hätten wir es schon. Okay, dann machen wir es einfach auch. Ja, wieso nicht? Man muss nicht mehr spielen, als man muss. Ein Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr noch nicht abonniert habt und mehr davon sehen wollt. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao.